löschen löschen willkommen zurück hier und ja wieder der vorhin folgen ein bisschen probleme mit weiß immer wieder abgestürzt ist und deswegen hoffen wir mal dass es jetzt nicht mehr ist es kam ja auch ein neues update raus und ja das klappt gut wie ist ein golder käfer die goldgeber brauchen wir kleine sachen und noch was bekommen mit mir gibt beweglichkeit wirklich besser ist jetzt hier nichts das ist ein zweihand ja gut alles klar da machen wir weiter suchen doch ein bogen die das nicht wir haben jetzt ganz gut geld gekriegt ist gar nicht wie viel wir bekommen haben 1000 hier ist es jetzt nicht okay dann gehen wir mal da rein und gucken und nebenbei immer wieder schön was schlachten das war schon schnell platt wenn man denn da jetzt schon ist gekriegt wir haben einmal und die das nicht wir können umtauschen oder eingangs hier und gehen wir mal rein wir brauchen ja ein bisschen kohle am anfang dann ist das eigentlich ganz gut ich wollte mal wieder ein schönes erlebnis von vorne zu spielen ich habe jetzt ja auch mal wieder anders und das ist ja wieder sehr schön und wie gesagt ich bin auch gespannt auf die endlich auf die letzte story da endlich fertig wird und ja dass wir endlich mal wissen wie es dann weitergeht gut geht ja noch danach weiter müssen wir noch die stadt dann aufbauen und da bin ich auch mal gespannt das wollte ich ja dann auch danach machen das hatte ich den anderen nicht vorher gemacht aber diesmal dass ihr gesagt ist jetzt alles da vollgehen dann werden wir natürlich auch alles jetzt machen ich nehme jetzt einen neuen charakter weil ja die alten auf 40 runtergestuft worden sind und ich weiß nicht mehr genau wie ich die genau geläppelt habe deswegen mache ich mit euch gemeinsam neu und ein bisschen spannender zu halten wird ja bestimmt gleich noch mal ein paar updates kommen bestimmt noch nicht alle bugs weg dann bin ich schon sehr gespannt soll ja auch neue lüstungsgegenstände kommen kommen sein und so die pincher schon ziemlich nice und so mal ein bisschen leben dann gucken wir mal hier nicht gesessen noch mal eine kiste schwere schuld war denn da oh ja die nehmen wir auf jeden fall was ist aber hier hat er mal gesundheit drin so was ist mir hier hm ja okay aber nicht schlecht was haben wir hier so 20 gesundheit ja dann mal den hier wenn wir noch was schild geben aber gut gucken wir erstmal wir müssen eh noch ein paar mal zurück und allein schon um zu verkaufen die ganze zeit angegriffen auch nicht schlecht kann man noch nicht mehr in ruhe gucken auch nicht schlecht das hat ich auch noch nicht ich will die du mal schnell platt machen hier danke ist nur einer da jetzt nur einmal auf die tasche bd ist nur so perfekt ein das schwert bringt uns alles nix ein streit kolben stärker definitiv nicht aber ich sollte mal los zurückgehen so das was zauberer das brauchen wir gar nicht das brauchen wir gar nicht so das ganze geht es eigentlich alle immer so groß nicht mal kleine hier können wir nicht mehr schlippen dann gehen wir mal schnell zurück verkaufen gibt uns wieder sehr gute vorteile ja gut später können wir uns unsere alten russungen glaube ich die wir da gesammelt hatten wir einiges gesammelt und wir sehen ob das jetzt mittlerweile umtauschen geht das jetzt den umtauschen mhm muss man die sowieso sieht erstmal auf seite legen mhm wir haben einen krieger da haben wir noch ein spiel da haben wir noch ein spiel ok wir haben uns jetzt nichts dann tun wir das noch auf seite ich glaub mal dass wir das später noch rauskriegen werden das ist stärker ja wir den etwa bild uns ist das zauberer ok wenn man denn unsere fähigkeiten das war hier hin und dann muss haben wir dahin ja kosten lassen und dann gehen wir weiter nun jetzt kommen wir auch gleich brauchen das kauft haben wir jetzt nichts voll geht denn wir doch gar nichts also gibt es mir schöner verantworten das könnte eigentlich das mich kosten wird den hier hinsetzen den ambos auf 1 so geht's auch hier ist nichts mehr so ein bisschen gold gold das war schon streit axt das sind ja noch nicht erlebt doch das eigentlich das kennen wir noch mal eine streit axt noch mal eine streit axt jetzt hier oben nichts mehr dann sind wir da so auch mit was haben wir denn da kommt ihr dann immer wenn ich gerade was am machen bin ach stimmt ich bin auf geachtet das eigene wenn das rollback auf immer denken hier so schön ist das zweihand ja ja das wäre schon was aber erst ab stufe 15 ja 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 bringt uns nichts so noch ein bisschen was kauf ich jetzt da durch ja das war's das war's dieser schnitt ist höher geworden mal gucken mal ob wir da was schönes finden oder wie schön gegner hier wer nicht oh ja nicht aber es ist wir nicht wer wird genau zu den B Du bist lange weg von Hause. Die Ankerhäuser nicht genau so nahe. Ich glaube, ich wollte nicht den Weg machen. Ich bin glücklich, dass die Schlaverlösen sterben. Order weiß es auch. Meist zu mir hier ist eine lustige Worte, sie sagen uns zu anderen. Du bist ein Teil dieser Order, ich glaube? Das stimmt. Die Order von Vashara. Wir fahren Drakes und suchen Spurrier, apparently. Beklar, wir müssen nach dem Beast zurückgehen. Willst du mitgehen? Eildor ist spooked. Ich bin nicht sicher, was hat ihn so gemacht. In any case, ich würde nicht sagen, dass ich noch ein paar Beispiele kämpfe. Das ist, warum ich hier bin. Es hat sich geschlägt, dass die Sturm-Full-Sitzen sind. Also gibt es keine Schmerz der Menschen, die die Biest sind tot. Ich glaube, das ist dann fertig. Ich glaube, dass ich die Bieste nach einem System gehönt. Ich sollte es auf ihren Trailer kommen. Entstanden. Lass uns gehen. cool der nächste bug okay muss irgendwas wählen wieso kann ich jetzt machen auch nicht schlecht dann gehen wir mal hier drauf jetzt gestorben das ist auch nicht schlecht aber nicht schlimm ja gut es gibt noch ein paar kleinigkeiten aber das wird auch noch aber es wird besser das wird besser das ist sehr gut und noch schön kauf und zwar in der brot man nicht beim gürtel haben wir auch noch eine stelle in der morgens wie ich das mal für den ja das ist alles klar so dann aber wenigstens noch mit uns auch noch ein bisschen dann gehen wir mal zurück cool dass er direkt und von anfang an hier vorne hin noch mit und da ist das ja auch begiftet aber ich würde auch sagen dann ist hier vorbei wenn es euch gefallen hat gerne däumchen lassen und bis dahin